Hallo Leute, ja nächstes Video ist Roblox, meine Cousine auch am Start. Ups. Ja, ich weiß, ich bin nicht so gut. Infinity habe ich natürlich gemacht für die, für oben vorhin gerade. Ja, richtig nice, ne? Ich will jetzt ein Lob. Spaß. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch. Weil es gibt ja meistens solche, die dann immer Speed machen. Ich würde mich freuen, wenn die Speed lassen. Weil das wäre sehr nett. Die erste ist oben. Mal schauen, ob sie Speed macht oder nicht. Ich hoffe nicht. Doch, macht sie jetzt Beeilung. Uff. Ich hasse solche Leute einfach. Ich frage mich mal davor, bevor ich Speed mache, Alter. Aber nein, die natürlich nicht. Aber gut. Man darf keine Ausraster bekommen. Und da muss ganz lieb sein, immer. Ich frage mich mal. Yes. Die sagen ich. Ach, Digga. Warum spreng ich schon? Nein, 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 kacke, schaffe ich nicht mehr, wetten, wetten nicht, nein, nein, kacke, oh, scheiße, ach man, Mist, dann ab zum nächsten Mal, ne, ne, ich nehm keine Falt an, geh weg, geh weg, endlich, ich weiß halt nicht, ob die deutsch ist, deswegen, und ich nehm halt nur deutsche, da ich nicht gerade gut in Englisch bin, ja, ihr dürft jetzt mich auslachen, ähm, ich bin mal so nett, ach komm, einfach nochmal Infinity, so macht man das heutzutage, oh shit, ich hab so ne geil, bin ja, ich bin so bumm, Mama, ich weiß gar nicht, ob sie noch drin ist, ich weiß gar nicht, ob sie noch drin ist, boah, ich hab's geschafft, äh, äh, ne, 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 bin ich der einzigste, die eine genaue Seite hat, wo sie immer hingeht, ich glaube nicht, ja, egal, und Sven macht nichts, und nein, ich hab's immer noch nicht hinbekommen, wie man die, die, also ich weiß immer noch nicht, wie man die, ähm, hier, Kommentare aktiviert, auch,